Konnichiwa meine Freunde, schön dass ihr eingescheiden habt und heute habe ich was ganz besonderes, ein KingCath dabei. Hallo! Er hat auch einen Kanal. Mit Unboxing und zu diesem Anlass habe ich mir etwas bestellt und zwar schon sehr ramponiert, aber eine Anime Lootbox. Was für eine Scheißstory, ich habe die bestellt, kam jetzt mal nicht an, war beim Zoll und ich musste fucking Steuern noch nachts an. Erzähl doch mal was der Beamte zu dir gesagt hat. Du müsst wissen, das ist eine Lootbox und der Beamte hat zum Dani gesagt, öffnen sie mal die Box. Und dann habe ich mir gesagt, muss das wirklich sein? Das war eine Frau und die hat dann gesagt so, ne ist schon in Ordnung. Dann habe ich so aufgewacht so, ja ist in Ordnung, ist in Ordnung. Passt alles, alles ist kaputt. Ja die ist auch voll ramponiert schon, also die hat schon voll den Datscher weg. Aber ich würde sagen wir fangen einfach an. Wie funktioniert denn so ein Unboxing, muss man schon da beachten als erfahrene Unboxer. Einfach erstmal wegdrehen, damit du nicht siehst was drin ist. Okay. Wo macht man die auf? Hier ist so. Zieh mal irgendwas. Genau, zieh mal einen. Hol raus das Ding. Erstes. Nein. Wie geil. Es ist der erste Manga von Konosuba. Wie geil ist das denn? Kenn ich nicht. Oh es ist so gut und es ist in Englisch. In Englisch. Wirklich sehr sehr gut. Und ich habe mir nicht auch eine Megumi Figur, also das da. Ach das ist die? Ja. Ich habe mir nicht eine Megumi Figur gekauft und da kommt auch ein Unboxing. Sehr bald sogar. Und das ist ja auf jeden Fall schon mal geil und das freut mich mega. Und vor allem noch dieses, ich weiß nicht was das für eine Auflage ist, ob die normal ist, dass das so komplett silbern ist. Hammer. Hammer geil. Nächstes? Wir zu reingreifen, Mann. Ich bin so hyped. Ich hole mal das ganz kleine raus. Das ist Yu-Gi-Oh! Ein Pin. Ne, doch. Das ist doch eine Kette, oder? Ne, das ist ein Pin. Ein Pin. Ist von Loot Crate. Gibt es auch Boxen von Loot Crate. Aber was das für ein Vieh ist, keine Ahnung. Ist eine Katze. In einem Sternchen drin. Ich habe es gesehen. Ist das geil, oder was? Es ist ein kleiner Punch Man. Toll Punch Man. Ein... Wie heißt der Rock nochmal? Seidama. Seidama steht hinten drauf. Seidama, ja. Seidama. Wer ist der andere? Weil der ist ja... Alien Seidama, oder was? Ah, ne. Ja, auch nochmal Seidama in... In Rage Modus. In Rage Modus. Ich zeig's dir nochmal jetzt ne Aufnahme. Hammer. Geil. Hihihi. Mach's schon jetzt nicht. Ja. Ach, bin ich schon wieder dran? Okay. Welches Alte man das jetzt schon mal... Oh, jetzt ist schon das letzte. Echt? War's das schon? Ah, warte, ich hab hier noch was. Ein... Nicht mal das kenn ich. Ich kenn's auch nicht. Was ist das? Ist das eine Art? Fanart, oder? Ja. Da steht nicht mal drauf. Ich kenn's nicht. Ich mag aber... Ich kenn's nicht. Schreibt's mal in die Kommentare, was das für ein Anime, beziehungsweise Manga sein soll. F L C L. Sieht aber sehr altmodisch aus. Ja, das sieht ein bisschen klassisch aus, aber ich weiß es nicht. Aber bitte klärt mich auch in den Kommentaren. Vielen Dank. Okay, ich zie's letzte, oder? Das ist noch was? Noch sowas. Oh my goodness. It's Highschool DxD. Das ist anscheinend die größere Form... Das kenn ich sogar. Größere Form der Postkarte anscheinend, so wie das ausschaut. Heißt das nicht Highschool DxD? Wo die alle Riesenmöpse haben. Da haben die doch alle Riesenmöpse, oder? Ja, die haben Riesenmöpse. Ja, das ist Doppel DxD. Das ist die größte Waifu ever, glaube ich, für die meisten. Da ist noch was drin. Ist schon wieder. Da ist ja doch noch wer drin. Geil. Oh. Ein Poster. Oh. Und da ist meine Lampe. Die hab ich auch. Oh, das ist... Konosuba? Konosuba? Ne. Oh, wie cool das ausschaut. Ich darf aber nicht hinten drauf gucken, weil da ist alles drin, was da in der Box ist. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Alles klar. Alles klar. Ja, du ziehst ja jetzt. Ich kann ja angucken. Achso, okay. Da war noch was drin, die stimmt, oder? Das T-Shirt. Das T-Shirt. Das T-Shirt. Das T-Shirt. Hammermäßig geil aus. Ich bin gespannt, ob es im Real auch so ausschaut. Ich hab noch nicht drauf geschaut. Das T-Shirt. Oh, wie cool. Trygun, oder? Ja. Ha! Der Druck geht. Also der Druck ist in Ordnung. Das ist jetzt kein High-End-Qualitäts-Shirt, aber wo kriegt man sowas schon mal so witzig her? Ist ja geil. Hammer. Also die Katze, Skitty-Action-Comedy, das hat auch ihr der Pin. Huh! Gehört beides zusammen. Weißt du nicht mal, hier ist beschrieben, was das für ein Art ist. Da steht F-L-C-L-A drin. Klingt wie ne Krankheit. F-L-C-L-H-I-P-R. Ich würde sagen, geiler Loot und wie hat's Spaß gemacht, wie schaut's bei dir aus? Was hast du so erwartet? Hast du schon mal ne Anime-Box gehabt? Ne, aber ich muss sagen, wie viel hat, sagen wir mal, den Zoll weggelassen? Wie viel hat die Box gekostet? 32 im Ein-Monats-Paket. Ansonsten ist es bei 25 oder sowas im Dreh. Oder vielleicht 22. Erstmal die Zollgebühren mal weg, ist es eigentlich recht gute Box. Weil jeder Anime-Fan weiß, wie teuer Anime-Merch sein kann. Und allein schon ne Manga kostet im Normalfall 7-8 Euro. Ja, die Art drin, sag ich mal, die werden ungefähr 8-10 Euro gerechnet. Die sind auch teuer. Wow. Shirt 15 Euro. Millenum? 5 Euro. Ja. Shirt 15-20 Euro. Ja, echt so. Also, ich bin sehr zufrieden. Und das letzte Sahnehäubchen gibt's sogar. Häufchen? Häufchen. 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 Gibt's auch noch. Gibt's auch noch. Und als letzten Schiss. Gibt's noch die Wompunch-Man-Figur. Den Anhänger. Und das Fanart von den Anime, die ich nicht kenne. Den keiner kennt. Ja, den keiner wahrscheinlich kennt. Und ich hab von der Gamescom noch was mitgebracht. Und zwar ne wunderschöne Dinokuni-Krone. Gut, die will wahrscheinlich keine Ahnung. Aber ein komplettes Postkarten-Set vom neuen Dinokuni 2. Das würde ich den Gewinner zusenden. Wer das gewinnen möchte, kommentiert einmal unter das Video. Hashtag Anime. Und unter sein aktuellstes Video. Hashtag Anime. Wir vergleichen dann. Ja, hast du noch ein Schlusswort? Wieder, tschüss. Sayonara!